Auf der Wache Köln-Mülheim sind heute Marc Westerhofen und Florian Winter als Team eingeteilt. Ja, hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Finn Wegner. Ich suche meine Mutter Marie Wegner. Okay. Ich bin der Marc, du kannst auch Marc zu mir sagen und du bist der Finn, okay? Ja. Du suchst ja eine Mama. Wieso? Wo ist denn deine Mama? Was ist denn passiert? Ja, meine Mutter. Also ich und meine Mutter waren einkaufen. Und da habe ich einen Spider-Man beobachtet. Und dann, als ich mich da umgedreht habe, zu meiner Mutter, da wurde, ja, da hat so ein Polizeimann sie mitgenommen. In ein Auto. Ein Spider-Man? Sollen wir mal ins Büro. Magst du was trinken? Einen Kaffee vielleicht? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Kaffee. Bier. Du trinkst einen Kakao? Ja, einen Kakao. Pass auf, wir machen vor. Wie hieß die Mama? Marie Wegner. Marie Wegner. Und das war ganz sicher ein Polizeimann, also mit Uniform, so wie wir die auch anhaben? Mit Mütze, ohne Mütze, keine Mütze? Okay. Und der ist mit der Mama dann irgendwie weg? Okay. Ich gucke mal mit Marie Wegner, das ist die Mama. Da werde ich gleich mal über die Kollegen mal fragen, ob die da irgendwas haben. Ich habe jetzt nichts im Kopf, aber du kannst mal im Körbchen nachgucken. Ich gucke mal nach. Aber ich meine es nicht. Und deinen Kakao bringe ich doch gleich. Du gehst mal mit der Kollegin mal mit. Ich denke mal, für die Spielecke bist du zu groß? Ja. Okay, also du bist der Finn? Finn Wegner. Finn Wegner. Und du vermisst deine Mama, ne? Die heißt? Marie Wegner. Marie Wegner, okay. Alles, dann erzähl mal nochmal genau, was passiert ist, wo ihr wart und was genau passiert ist. Wir waren beim Einkaufscenter. Mhm. Da habe ich einen Spider-Man gesehen. Also der Spider-Man hat mich abgelenkt. Das ist nur eine Statue. Da war meine Mutter schon etwas weiter, so ein paar Meter weg. Da, ja, da war ein Mann, der hat meine Mutter ins Auto geschickt. Ins Auto geschickt? Ja, in so ein Auto. Was war das für ein Auto? Äh, Opel Astra. Astra? Ja, Astra. Okay, Opel Astra. Hast du dir zufällig das Kennzeichen gemerkt? K für Köln. Mhm. In der Mitte weiß es leider nicht mehr. Auch nicht wie viel? Ein Buchstabe oder zwei? Ja, doch, ich habe mir drei gemerkt. Eins, zwei, drei am Ende. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Welche Farbe hatte denn der Opel? Äh, blau. So wie, ja. So wie die Jacke? Ja, so wie die Jacke. Schönes Blau, ne? Ja. Also sehr auffällig also, ne? Ja, sehr auffällig. Mhm. Auffälliges Blau. Okay, deine Mama, hat die was Auffälliges angehabt? Kannst du dich daran zufällig erinnern? Ähm, also das wäre, sie hatte eine braune so, ja, sie hatte eine braune Jacke. Mhm, eine braune Jacke. So braune Haare und hier unten so ein bisschen wuschelig. Okay, und dann, alles klar. Und dies mit, dies mit einer... Kleine Stärkung vielleicht. Sehr gut. Guck mal hier unsere Polizei. Guck mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kakao du nochmal magst. Ich habe da einfach was reiniert, so wie ich das mal auch immer mag. Ja. Also, ähm, Marie Wegner, ich habe jetzt gerade den Unterlagen, den Funksprüchen, haben wir mal kurz nachvollziehen können. Letzten 60 Minuten keinen Eingang gehabt. Also, wir haben wirklich gar nichts. Hast du was vom Auto vielleicht, irgendwas? Ja? Machen wir mal kurz. Komm gleich wieder, ja? Also, er sagt es, also muss ein auffälliges Blau sein, ein Opel Astra. Die einzige Spur zu dem Täter in Polizeiuniform ist das Auto. Anhand der Informationen sucht Florian Winter das Polizeisystem nach dem Wagen ab. Da haben wir einen möglichen Treffer. Köln, Trennung, Martha, Emil, 1, 2, 3. Moritz, Ebbing wäre das. Hier auch in Köln. Strand, Läufer, Weg 54. Moritz mit Tür zu? Tür zu, genau. Ebbing mit Doppelbertha. Ja, das könnte ein möglicher Treffer sein. Ich glaube, da gibt es noch zwei weitere Variablen, aber die haben ein anderes Blau. Ich gebe das mal weiter. Danke. So, wir sind relativ schnell fündig geworden. Also, Opel Astra, haben wir. Das ist ein Kennzeichen. Kaufmann, Trennung, Martha, Emil, 1, 2, 3. Sag das nochmal. Kein neueres Modell, also Martha, Emil, 1, 2, 3. Ist zugelassen auf einen Moritz Ebbing. Sagt der das irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ich, mit Flo, wir sind frei. Ich würde vorschlagen, wir fahren raus hier, für dich hier, Strandläufer, Weg 10. Während Peggy Herrmann den Neunjährigen weiter befragt, treffen ihre Kollegen in Köln-Vogelsang ein. Sie hoffen, hier Hinweise auf die entführte Mutter zu erhalten. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, die Ehre. Ja, das werden wir gerade mal versuchen festzustellen. Sind Sie der Fahrzeughalter von dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen Köln, Trennung, Martha, Emil, 1, 2, 3? Ist das Ihr Auto? Nein, ich habe kein Auto. Ich habe mein Auto schon vor Monaten verkauft. Was ist das denn für ein Auto gewesen? Das Auto selber, das Kennzeichen, ist aber auf Sie zugelassen. Ja, dann hat der Fahrzeughalter wahrscheinlich noch nicht umgemeldet. Fahrzeughalter? Ja. Was heißt denn Fahrzeughalter? Ja, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. Sie haben das Auto verkauft, veräußert. Ja, irgendwo habe ich auch einen Kaufvertrag, aber da habe ich bei der Freundin. Können Sie uns den mal zeigen, bitte? Den Kaufvertrag. Wie habe ich bei der Freundin? Wo wäre das denn? Ja, das wäre weiter weg. Was heißt denn weiter weg? Ja. Wir haben Butter bei dir für... Na, eine Wochenendbeziehung meiner Freundin, ist so. Okay. Die kommt von woanders, ja. Und da haben Sie das Auto auch verkauft? Was? Nein. Das Auto. Die kauft den Vertrag, die macht alles Vertraglich. Und dann haben Sie den Vertrag genommen und sind mit dem Vertrag zu Ihrer Freundin gefahren. Ja, weil ich bin ja hier erst neu eingezogen. Ich habe das Haus von meinen Eltern übernommen. Die sind jetzt erst vor kurzem verstorben. Leider, ne? Ich habe Beileid. Ja, danke schön. Dann bin ich halt wieder neu im Einrichten. Wir haben ein Problem, und da müssen wir gerade mal mit Ihnen sprechen. Es geht, wie gesagt, um besagtes Fahrzeug. Da würden wir gerne mal reinkommen, wenn das in Ordnung ist. Damit man das nicht hört. Dann kommst du rein, gell? Ja. Putzen uns auch die Schuhe ab und alles gut. Sehr lieb, danke schön. Jetzt versauen wir ja alles. Wo sollen wir hin? Geradeaus? Wohnzimmer? Wohnzimmer, geht das? Ja. Wir haben nämlich Hinweise darauf, dass mit Ihrem Fahrzeug Straftaten begangen worden sind. Das ist auch der Hintergrund, warum wir jetzt hier sind. Wir kommen ja nicht vorbei und fragen Sie, ob Sie Ihr Auto verkauft haben, sondern wir haben konkrete Hinweise darauf, dass mit Ihrem Fahrzeug Straftaten begangen worden sind. Und da können Sie uns nichts zu sagen, wo das Fahrzeug sich aktuell ist. Nein, ich kann gar nichts zu sagen. Wie gesagt, das Auto ist vor Monaten verkauft. Die Beamten zweifeln die Aussage des Mannes an. Sie vermuten, dass er mehr weiß, als er zugibt und lassen nicht locker. Können wir uns hier mal umgucken? Ja, natürlich, selbstverständlich. Schauen Sie. Gehen Sie auch umgucken. Nur wie gesagt, ich bin hier am Fuhrwerken. Meine Eltern sind verstorben und ich habe halt einen anderen Style wie meine verstorbenen Eltern. Hatte ich jetzt auch so vermutet, weil diese Wohnung macht nicht den Eindruck, als wenn... Vielleicht hätte ich mich auch ganz vertan. Ich bin ja noch keine Ahnung. Ist sehr oberflächlich, ist sehr oberflächlich, wenn man sowas sagt. Aber wo dürfen wir denn mal hin? Wollen Sie uns begleiten? Wo Sie wollen. Ich lasse Ihnen da freie Hand. Hast du auch irgendwie eine Vermutung? Hat die sich irgend mit jemandem gestritten vielleicht? Eigentlich weiß ich hier leider nichts. Also ich habe nie mitbekommen, dass sie sich irgendwie gestritten hat mit irgendwen. Also eigentlich hat sie sich ganz gut mit jedem verstanden. Also deine Mama ist nett? Ja. So nett wie du wahrscheinlich. Wohnst du denn alleine mit deiner Mama zu Hause? Ja. Also kein Papa? Okay. War deine Mama in der letzten Zeit vielleicht irgendwie traurig oder so? Also nö. Auch nicht? Vielleicht hat sich da auch einfach nur jemandem Spaß erlaubt? Ja, aber dieser Spaß war irgendwie nicht witzig. Das glaube ich, weil du nicht weißt, was los ist. Aber glaub mir, wir werden deine Mama auf jeden Fall finden. Hier ist nix. Aus einem normalen Bett mal eben so ein Boxspring gemacht, ne? Einfach was drunter gestellt, damit es höher ist. Ist auch nicht schlecht. Siehst du, im Alter werden die Leute ebenfalls reich. Wart mal kurz. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Nass oder was? Sieht ein bisschen komisch aus. Ich meine, man weiß ja nie, warum ist das hier so nass. Man weiß ja nie, wofür das Ganze so ist. Aber das könnte auch Blut sein hier. Siehst du das? Und das ist alles nass hier. So, aber guck mal hinter dir an der Heizung. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Ist das Farbe? Wie ist das Blut? Ne, das sieht aus wie Blut hier. Hast du Handschuhe an? Na ja. Guck mal, ob das irgendwie frisch ist. Oh ja, also alt ist das nicht. Nichts, dass die Eltern hier eben ums Leben gekommen sind. Lass uns doch mal gerade den mal fragen, wo der hier pennt. Wo der hier oben pennt. Das sieht zwar nicht so aus wie so ein Bett, wo man dann pennen würde. Sieht aus wie so Deko oder sowas. Mhm. Ich guck einmal ganz kurz noch hier oben hin. Ne, da ist alles gut. Ganz kurze Frage. Hier im Schlafzimmer. Ja. Müssen wir uns gleich noch mal unterhalten. Ja. Haben Sie gestrichen zuvieligerweise hier in der letzten Zeit? Ne, ich hab hier ein bisschen aufgeräumt und hab dann Blumenvase umgeschmissen. Also gestrichen haben Sie nix hier. Haben Sie sich da irgendwie verletzt bei? Ich hab mit so einem Talent wie Frauen. Haben Sie sich dabei verletzt bei? Dann kannst du mal Ihre Hände mal gerade sehen. Gar nix, ne? Wo war die Blumenvase denn? In welchem Zimmer? Im Schlafzimmer oben. Okay. Sie haben sich dabei nicht verletzt? Rot war die nicht, ne? Nein. Oben ist frisches Blut. Das würden wir gerne von Ihnen ja wissen, weil wir haben auf dem Teppich, der erstmal nass ist und da sind auch Blutanhaftungen drauf, genau wie an dem Heizkörper, da haben wir auch Blut. Einmal bitte einen Ausweis. Der 39-Jährige beharrt auf seiner Aussage. Doch die Beamten stoßen auf weitere Blutanhaftungen. Sie erhöhen den Druck. Herr Ebbing, jetzt mal ganz kurz zur Sache. So wie sich das jetzt hier darstellt, stehen Sie im dringenden Tatverdacht, etwas mit dieser Angelegenheit zu tun zu haben. Sie müssen uns gegenüber sich gar nicht äußern, wenn Sie hier als Beschuldigter geführt werden. Nur es wäre natürlich schon zweckdienlich, wenn jemand blutet, hat er eine Verletzung. Bedarf es hier irgendwem um Hilfe? Können wir mal rausgehen? Ja, natürlich. Was heißt denn dieses? Meinem Kumpel in Gefahrnehmung. Ja, es ist natürlich so, wir haben die Möglichkeit hier der Datenweitergabe, das heißt unsere Feststellungen können wir hier auch der Leitstelle mitteilen und das ist natürlich einen guten Vorsprung, den wir haben. Das heißt, wir geben der Leitstelle jetzt einfach mal eine Personenbeschreibung von dem Tatverdächtigen, der ja wirklich sehr markant aussieht. Und, macht Spaß? Ja. Mal's gerne. Darf ich euch beiden kurz mal stören? Ich habe über Funk eine Täterbeschreibung bekommen. Okay. Finn, der Mann, der deine Mutter mitgenommen hat, den beschreibe ich dir jetzt. Der ist ungefähr 1,80 groß, hat ein Tattoo im Gesicht, am Hals und auf der Hand, keine Haare, blauen Pullover angehabt und eine Jeans. Passt das? Ja, am Hals weiß ich es leider nicht so ganz genau, aber sonst passt eigentlich alles. Gut, okay, dann können wir da mal weiterforschen. Ich gehe mal wieder nach hinten. Ja, sehr gut. Möglicherweise stammt das Blut im Haus des Täters von der vermissten Mutter. Systematisch suchen dort Mark Westerhofen und Florian Winter nach der offenbar verletzten Frau. Pass mal auf. Alles voller Blut. Hey, leg den Hammer weg. Leg den Hammer weg. Ganz ruhig. Hey, tu den Hammer weg. Hey, Polizei, tu den Hammer weg. Den Hammer niederlegen. Hammer weg. Den Hammer weg. Hammer weg. Lass den fallen. Lass den fallen. Geh hinterher, Mark. Geh hinterher. Geh, geh. Geh, lass dich in Ruhe. Ich bin selber in den Schulz. Alles gut. Alles gut. Drehen Sie sich um, umdrehen, 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 umdrehen. Dreh dich um, dreh dich um. An die Wand, an die Wand, Bein auseinander, Bein auseinander. Kommt ab. Hey, Arm raus, tu den Arm raus, tu den Arm raus. Lass dich in Ruhe, Leute. Ganz ruhig, bleib, 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 ganz ruhig. Ist die blöde Kuh selber in den Schulz, Mann. Ganz ruhig. Man lässt sich in der Reine. Erklären kannst du das hinterher, okay? Erklären kannst du das hinterher. Alles gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Hände verletzt. Alles ruhig. Moment, stopp, stopp, stopp. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay. Wir sind bei Bewusstsein. Das ist alles gut. Alles sind auch nicht dran. Nicht dran. Nicht dran gehen. Ganz kurz erzählen, was passiert. Was ist passiert? Ich bin entführt worden. Und mein Ex-Freund, der wollte mich zurückgaben und hat dann zugeschnackt. Das ist der Ex-Freund? Das ist mein Ex-Freund. Okay, alles klar. Wo ist mein Sohn? Wissen Sie, wo mein Sohn ist? Wir brauchen eine ATW. Kommen Sie mal. 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 Alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. Nicht da dran gehen. So, und das ist der, der dem Kumpel ihren Gefallen getan hat. Schönen Dank auch, ne? Mit einem Messer zwang der Mann, die Mutter in sein Auto einzusteigen und fuhr zu seinem Haus. Dort erwartete sein Kumpel dessen Ex-Freundin im Schlafzimmer. Im Streit verletzte er sie. Damit die Wohnung nicht mit Blut beschmutzt wird, brachten die Männer die Frau nach draußen. Die Täter erhalten Anzeigen wegen Nötigung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und schwerer Körperverletzung. Dem geht's gut. Das ist der Finn, glaube ich. Der Finn, ja, dem, alles gut, alles gut, dem geht's gut, dem geht's gut. Der hat das irgendwie alles mitbekommen, der hat das gesehen und der war bei uns auf der Wache, der hat alles erklärt und deswegen sind wir hier. Der ist bei ihm. Alles gut, der ist bei der Kollegin, der trinkt bestimmt jetzt einen Kakao, dem geht's bestens, ja? Und wir machen das jetzt gleich erstmal mit dem Arzt, der untersucht das Ganze, wird das verarzten und so wie sie dann wieder fit sind, fahren wir zur Wache oder wir bringen den Finn recht ins Krankenhaus mit rein, okay? So, eine gute Nachricht, wir haben deine Mutter gefunden, sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus, kommt aber danach direkt zu dir. Oh, was ist hier denn passiert? Nichts Schlimmes, sie gucken nur mal ganz kurz nach und danach kommt sie dann direkt. hierher, okay? Super. Dafür, dass ihr mir geholfen habt. Gerne, natürlich, dafür sind wir doch da. Ich geh mal wieder nach hinten. Am Funk, ja, alles klar. Okay. Mensch, ist das super? Ja. Ich freu mich, riesig.